Hallo und willkommen auf meinem Kanal Schlaumeier. In diesem Video geht es um die Ammoniak-Synthese. Ich werde die Reaktionsgleichung, die Betriebsbedingungen, den Reaktor, die Gleichgewichtsumsätze der Synthese und den Mechanismus der heterogenen Katalyse erklären. Dabei gehe ich auf die einzelnen Schritte ein, wie die Poren- und Filmdiffusion, die Adsorption oder Desorption und die Oberflächenreaktion. Am Ende zeige ich dann das Verfahrensfließbild, was ich Schritt für Schritt erkläre. Die Ammoniak-Synthese ist einer der wichtigsten Reaktionen für die Landwirtschaft. Das großtechnische Verfahren zur Herstellung wurde von Fritz Haber und Karl Bosch entwickelt. Ammoniak ist die chemische Verbindung aus Stickstoff und Wasserstoff. Als Summenformel NH3. Es ist ein farbloses, wasserlösliches Gas und dient als Ausgangsbasis für viele weitere Stickstoffverbindungen, wie Harnstoff, Salpetersäure oder Ammoniumnitrat. Größtenteils wird Ammoniak direkt oder als Ammoniumsalz als Düngemittel eingesetzt. Sprengstoffe sind aber auch eine Anwendung. Unter hohem Druck lässt sich Ammoniak verflüssigen. In dieser Form wird es oftmals gelagert. Die Gefahrensymbole zeigen uns, dass Ammoniak toxisch ist, also sehr giftig, ätzend wirkt und gewässergefährdend. Ammoniak wird aus Synthesegas hergestellt. Dieses enthält Stickstoff und Wasserstoff im stöchiometrischen Verhältnis. Die Reaktionsgleichung ist also die folgende. Ein Molekül Stickstoff reagiert mit drei Molekülen Wasserstoff zu zwei Molekülen NH3 mit einer Reaktionsenthalpie von minus 110 Kilojoule pro Mol. Ist also eine exotherme Reaktion. Die Frage ist jetzt, bei welchen Betriebsbedingungen und mit welchem Katalysator? Denn eins ist klar, die Reaktion läuft auf jeden Fall nicht einfach so ab, wenn man die beiden Gase zusammenmixt. Erinnern wir uns an das Prinzip von Le Chatelier. Wir haben hier eine Gleichgewichtsreaktion. Wenn wir die Gasmoleküle auf beiden Seiten der Gleichung anschauen, wird schnell klar, die Reaktion läuft unter Volumenkontraktion ab. Erhöhen wir also den Druck, so verschiebt sich das Gleichgewicht, auf die Seite des Ammoniaks. Wir brauchen also schon mal hohe Drücke. Da die Reaktion exotherm ist, sollten wir die Reaktion bei möglichst niedrigen Temperaturen ablaufen lassen. Problem ist allerdings immer noch der Katalysator. Denn einen zu finden, der bei niedrigen Temperaturen aktiv genug ist, ist gar nicht so leicht. Allerdings sollte man bei der Auslegung des Prozesses nicht vergessen, dass die Reaktionsgeschwindigkeit temperaturabhängig ist. Mit niedrigen Temperaturen sinkt nämlich auch die Reaktionsgeschwindigkeit. Daher nicht zu niedrig, man muss da ein Optimum finden. Bleibt noch die Frage, was für einen Katalysator verwendet wird und was dieser dann für Betriebsbedingungen überhaupt erlaubt. Nur als Exkurs oder zur Erinnerung. Katalysatoren setzen die Aktivierungsenergie herab. Ohne Katalysatoren wäre bei manchen Reaktionen die Aktivierungsenergie so groß, dass diese gar nicht erst ablaufen oder nur sehr, sehr langsam. Bei diesem Schaubild sind A und B die Edukte und AB das Produkt. K steht für den Katalysator, der über einen Übergangszustand eine niedrigere potenzielle Energie aufweist. Nach mehreren tausenden Versuchen wurde damals endlich ein Katalysator gefunden, der aktiv und auch preiswert genug ist, nämlich ein Eisenoxidkatalysator, Fe3O4 als Summenformel, auch Magnetid genannt. Er enthält Zusätze von Aluminiumoxid, Calciumoxid und Kaliumoxid. Diese erhöhen die Aktivität und stabilisieren den Katalysator gegen zu hohe Temperaturen und Katalysatorgifte. Das sind zum Beispiel Schwefel und Wasser. Im Reaktor selber reduziert sich das Eisenoxid dann zu metallischem Eisen. Der Kat hat einen maximalen Arbeitsbereich von 380 bis 550 Grad Celsius. Das schränkt uns natürlich schon mal ein. Bei höheren Temperaturen verkürzt sich die Lebensdauer. Bei niedrigeren ist die Reaktionsgeschwindigkeit zu gering. Der Reaktor lässt einen Bereich von 400 bis 520 Grad zu. Damit haben wir dann eine Betriebstemperatur festgelegt von 500 Grad Celsius. Und was den Druck angeht, sollte dieser ja möglichst hoch sein, um eine möglichst hohe Ausbeute zu bekommen. Ab 300 Bar wird es aber unwirtschaftlich, zumindest bei großtechnischen Anlagen mit Kapazitäten von 1000 Tonnen Ammoniak pro Tag. Da lohnt sich das nicht, einen noch höheren Druck technisch zu realisieren, da der Umsatz im Vergleich zum Mehraufwand nur noch geringfügig steigt. Also sind das unsere Betriebsbedingungen. Schauen wir uns dazu mal die Kurven an der Gleichgewichtsumsätze. Unser Betriebspunkt, der liegt etwa hier, bei 500 Grad Celsius und 300 Bar. Dadurch ist ein Umsatz von ca. 20 Prozent möglich. Der entscheidende Schritt ist jedoch nicht nur die Einhaltung der Betriebsbedingungen, damit die Reaktion möglichst effizient abläuft, sondern ein ganz anderer Mechanismus. Nämlich die dissoziative Adsorption von Stickstoff. Was das genau ist, klären wir jetzt. Diese Adsorption führt zu der Bildung von Oberflächenditriden. Auf der Katalysatoroberfläche adsorbieren nämlich die Stickstoffatome und sind dadurch viel reaktiver. Die Wasserstoffatome adsorbieren ebenfalls. Grundlage hierfür ist die heterogene Katalyse. Man spricht von einer heterogenen Katalyse, wenn die Edukte und der Katalysator unterschiedliche Aggregatzustände aufweisen. Die reagierenden Edukte der Ammoniaksynthese sind gasförmig. Stickstoff und Wasserstoff. Der Katalysator ist ein poröser Feststoff. Die einzelnen sieben Schritte, die ihr hier seht, gehen wir gleich durch. Unser Katalysator hat eine laminare Grenzschicht. Die beschreibt das Strömungsverhalten um das Katalysatorkorn. Die Fluide verwirbeln nicht, sondern bewegen sich in parallelen Schichten. Der Stofftransport zu den aktiven Zentren des Katalysators erfolgt durch Diffusion. Diese aktiven Zentren sind die Bereiche, wo dann die Reaktion stattfindet. Die Diffusion durch die laminare Grenzschicht nennt man dann Filmdiffusion. Jetzt wandern also unsere Edukte ins Innere des Katalysators durch die feinen inneren Poren, die Porendiffusion. An der Oberfläche innerhalb der Poren adsorbieren dann die Edukte. An den aktiven Zentren reagieren diese. Und das entstandene Produkt? Unser Ammoniak löst sich dann wieder davon, die Desorption des Produkts. Durch Poren und Filmdiffusion gelangt das Molekül wieder in die Gasphase zurück. Um die entscheidenden Reaktionsschritte nochmal zusammenfassend darzustellen. Erstens die dissoziative Adsorption. Die ist abhängig von den Reaktionsbedingungen und der mikroskopischen Struktur der Katalysatoroberfläche. Molekularer Stickstoff und molekularer Wasserstoff adsorbieren, wobei sich aus dem Stickstoff Oberflächennitride bilden. Der Stickstoff bindet sich dann an die Eisenatome des Katz. Der hohe Druck führt hierbei auch zu einem möglichst großen Bedeckungsgrad der Katalysatoroberfläche. Also wie viele davon an der Oberfläche adsorbieren. Wie bedeckt der Katalysator dann in dem Sinne ist. Zweitens die eigentliche Reaktion, die Oberflächenreaktion. Die adsorbierten Wasserstoffatome reagieren mit dem Oberflächennitrit. Und drittens die Desorption des Produkts, also unser Ammoniak desorbiert in die Gasphase. Hier nochmal in blau die drei Wasserstoffmoleküle und in grün unser Stickstoffmolekül. Diese adsorbieren an der Katalysatoroberfläche und reagieren dann zu den zwei Ammoniakmolekülen. Schauen wir uns nun einmal an, wo die Reaktion überhaupt stattfindet. Man verwendet hauptsächlich Festbettreaktoren. Es ist aber auch möglich, Rohrbündelreaktoren zu verwenden. Unsere Katalysatorkörner, die wir gerade einzeln betrachtet haben, befinden sich in dem Ammoniakreaktor als einzelne Schüttungen in Schichten übereinander. Das sollen die grün markierten Felder hier sein. Durch diese Schüttungen strömen dann die reagierenden Fluide, hier also Wasserstoff und Stickstoff. Der Vorteil bei so einem Reaktor ist, dass wir das Produktgemisch danach nicht auch noch vom Katalysator trennen müssen, um den zurückzugewinnen. Er bleibt, wo er ist, in dieser Schüttschicht. Da die Ammoniaksynthese eine exotherme Reaktion ist, muss auch ordentlich gekühlt werden. Das kann man mit Kaltgas machen, also kälteres Kreislaufgas oder Frischgas, was wir zwischen die Horden hindurch fließen lassen, oder mit integrierten Wärmetauschermodulen zwischen den Katalysatorschichten, wo in blau eingefärbt Eduktgas in den Reaktor gespeist wird und grau markiert das Produkt unten am Reaktor austritt. Das Eduktgas ist ja noch kälter und wenn es dann durch den Reaktor hindurch in der Mitte fließt, wird es schon mal durch das herunterkommende Produktgas aufgewärmt durch diese Wärmetauschermodule. Schauen wir uns nun endlich das Verfahrensfließbild an. Die Herstellung des Synthesegases ist jetzt hier nicht mit berücksichtigt. Diese ist dem Verfahren noch vorgelagert. Dabei wird Wasserstoff z.B. aus Erdgas über die Dampfreformierung hergestellt. Durch diese Verfahrensschritte, die vorgelagert sind, hat das Synthesegas am Ende noch geringe Anteile an Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid, Methan und Argon. Nun wird das Synthesegas erst mal über einen Turbokompressor in den Kreislauf eingespeist und auf ca. 30 Megapascal, also 300 Bar, komprimiert. Dieses gelangt dann in den Reaktor über einen Wärmetauscher oder den Startheizer beim Anfahren der Anlage, damit das Gemisch auf Reaktionstemperatur gebracht wird. Außerdem findet eine Erwärmung innerhalb des Reaktors durch Gegenstromwärmeaustauscher statt. Das hatten wir in dem Schaubild zuvor bei dem rechten Festbettreaktor gesehen, wo ich die Eduktgase in blau markiert hatte und die Produktgase in grau. Die Eduktgase reagieren dann im Reaktor zu 20% Ammoniak ab. Das Produktgas wird dann durch Wasser, Frischgas, Kreislaufgas und am Ende durch heruntergekühlten Ammoniak abgekühlt. Das seht ihr hier in den Wärmetauschern, die zwischengeschaltet sind. Am Ende hat das Produktgas eine Temperatur von ca. minus 10 bis 0 Grad Celsius. Bei diesen Temperaturen wird das Ammoniak flüssig und dadurch dann in dem Abscheider abgetrennt. Das flüssige Ammoniak wird dann am unteren Ende des Abscheiders entnommen. Dieser Strom wird dann aufgeteilt in einen Teilstrom für dann letztendlich die Produktentnahme und einen, der zurückgespeist wird, für den Verdampfungskühler, der vorgelagert ist. Dieser kühlt im Gegenstrom das aus dem Reaktor austretende Produktgas. Die restlichen Gase, die sich im Abscheider befinden, werden am Kopf des Abscheiders in den Kreislauf zurückgespeist. Die Restgase enthalten Inertgase, wie die Verunreinigung aus der Synthesegasherstellung, nicht reagierten Edukten und geringe Mengen an gasförmigen Ammoniak. Da die Inertgase sich pro Reaktordurchgang nach und nach anreichern, muss man einen Anteil davon regelmäßig als Perchgas oder Entspannungsgas ausschleusen. Maximal 30 Prozent darf der Anteil der Inertgase im Kreislauf sein. Um den Druckverlusten entgegenzuwirken, ist dann noch ein weiterer Kreislaufkompressor eingebaut, der die benötigten 300 Bar wiederherstellt. Während frisches Synthesegas eingespeist wird, beginnt der Kreislauf also von neuem. Ich hoffe, euch hat dieses Video geholfen. Bei Fragen schreibt mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao!